Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Subnautica von Anon Worlds Entertainment, Ghost Update und Kuddelfisch Update. Ui. Wir sehen das schon mal nicht mehr, das ist schön. Die Aurore. Es gibt schon wieder neue Töne für allen möglichen Zeugs. Ich habe hier umgebaut, wie ihr seht. Die Performance läuft auch besser. Das ist schön. Freut mich. Viel weniger Rohkler. Ich habe wieder gefarmt rundherum, soweit wie ich das konnte. Fragmente werden noch angezeigt, jawohl. Ich habe umgebaut, wie ihr seht. In dem Abstand von drei. Ist das jetzt alles wieder neu? Das wäre cool. Bam, 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 bam. Viere oben auf den Türmchen, an den Seiten. Habe auch die Beleuchtung umgebaut, das an den Ecken jetzt überall beleuchtet ist. Also direkt hier immer unten drunter, weil das war ja an einer anderen Stelle. Beziehungsweise der dort hinten oder die dort hinten. Alles umgebaut, alles umgepflanzt. Der hier ist jetzt noch leer. Das andere Zeugs habe ich alles hierher rein verfrachtet. Blutöl auch dort rein verfrachtet. Und wir gehen jetzt noch mal ganz kurz rein. Und heute steht einiges noch auf dem Programm. Wir wollten ja auch noch wieder zum Frag zurück und uns das mal eingucken. Aber erstmal müssen wir hier mal ein bisschen was abarbeiten. Daten-Downloads, wieso denn das? Überlebende der Aurora. Rettungskapsel 6, Aufzeichnung 1. Angestellte, bitte bewahren Sie, wir sind nicht in unmittelbarer Gefahr. Passagierin, wo sind die Rettungstrupps? Die Aurora ist abgestürzt. Und wo sind die Rettungstrupps? Sie sind tot. Knallhart. Wir haben die Treffpunktkoordinaten, aber der Weg dorthin ist verstreit. Also was werden wir jetzt tun? Ich bin in erster Linie Personalchefin. Dies ist nicht mein Fachgebiet. Aber im PDA steht, wenn wir Blei finden, können wir Strahlen und Züge machen. Ich werde nicht rausgehen ohne geeignete Schutzkleidung. Na da ist recht. Ich hätte nicht zulassen dürfen, dass sie mich hier zurücklässt. Es wird dunkel. Sie ist vielleicht auf eigene Faust zum Treffpunkt oder beim Versuch ertrunken. Also muss ich was unternehmen. Ich starte ein Leuchtsignal. Geräusch einer zündenden Leuchtverkehr. Geräusch einer sich öffnen Luke. Was machen sie da? Ein Leuchtsignal starten. Wo waren sie? Das ist keine Leuchtrakete. Hören sie auf, damit herumzuwedeln. Sie erwischen die Stromleitung. Explosion! Oh Mann, sind die clever. Ja, da brauchst du keine Feinde, wenn du solche Freunde hast, nicht? Haben wir leeres Inventar? Haben wir. Schön. Dann ab in die Motto und auf geht's zum Frack. Erstmal das Frack absuchen. Durchsuchen. Haben wir leer gemacht? Ja. Wow, vorbildlich. Muss ich mir da gleich einen Schulterklopfer verbeißen, oder? Ja, das sind so Meldungen, die muss ich nicht unbedingt haben. Das Fragment haben wir doch schon. Wo? Ist es jetzt da noch eins, oder was? Quatsch. Auf der anderen Seite wurde da noch eins. Das werden irgendwie immer mehr, oder? Ähm, gehen wir raus. Nehmen wir die zu. Was ist ein Seekleiter? Ne, brauchen wir nicht. Hätte ja sein können, dass es noch hier Fahrzeugstation ist. Den brauche ich auch noch. Und... Wo ist meine? Mein Frack? Da drüben? Ah ja, Südwesten. Passt. Alles teucht. Da unten ist noch die Dahn. Hör mal auf, hier so rumzuleggen. Äh, so rumzuwaggen mit der Grafik. Das mag ich nicht. Vom Leggen her geht. Yes. Hier oben drauf liegt auch schon Platz 6. Gut, da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, dass ich das alles aufgesammelt habe, aber... Ja, da kann durchaus noch ein bisschen was rumliegen. Titan haben wir da. Wir können bauen. Wir haben auch Quarz. Boah, Quarz da. Bleibes Fischi! Was ist das? Noch ein Fischi. Und was ist das? Hä? Mobile Fahrzeugstation. Ah, ne. Will ich nicht. Will ich nicht. Mobile Fahrzeugstation nicht. Was wir brauchen, ist Bus. Ähm, übrigens... Geht's hier runter? Tatsache, wir haben den Eingang gefunden beim Frack. Den können wir uns gleich mal merken. So, hier wird jetzt alles eingeläsert. Eingelesen. Das ist das Frack. Auch wenn wir es schon haben. Ich krieg dich trotzdem. Siehste. So, was soll man hier noch rumfliegen? Hau ab. Haben wir hier noch was? Ein Fischi. Haben wir jetzt auch nicht so dringend. Scanner-Raum-Fragment haben wir alles schon. Ich brauche Energie, Ladestationen und so weiter. Was ist das? Auch noch Metallschrott. Kriegst du hier auf? Ne, ne. Du musst von der anderen Seite schweißen. Oder hier reinkrabbeln. Mäh. 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 Oder da reinkrabbeln. Wieso habe ich das vorher nicht gesehen, dass wir da reinkrabbeln können? Und da gibt's noch Quartz. Haben wir eigentlich schon mal so einen Spatenfisch mitgenommen? Ne, ne. Ja. Ich bin schon gleich da. Genau so. Machen wir mal die Fülle. Gehen wir da hin. Was zeigst du mir hier hin? Das war das vorher. Aha. Aha. So. Fünf. Ne. Vier. Aufschneiden zum Betreten. Normalerweise müssten wir direkt an der anderen Seite wieder rauskommen. Map, 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 map. Ich hoffe, das sehen wir dann noch. Oh, scheiße. Oh, scheiße. So. Was haben wir hier? Haben wir hier überhaupt irgendwas? Wir haben, äh, Wasser. Schubkanonenfragment. Haben wir doch alles schon. Was müssen wir nochmal lasern? Ne, dann. Damit es sich auch wirklich lohnt. Wir haben ja noch mehr zu suchen, zu scannen. Wir wollten ja auch noch da hingucken, wo ich den Scanner hingesetzt habe, den zweiten. Ja, ich, ich, wenn ich irgendwann hier rauskomme, gerne. Jo, und wieder rein da. Hier fehlt noch ein Schulterlicht. Was haben wir denn hier? Tauchflasche mit hoher Kapazität. Jawohl. Ach, ne, das ist die leichte Tauchflasche. Ja, das ist Nice Drive. Das ist Wasser. Aber auch nicht mehr, ne? Nice Drive, auch nicht mehr. Hä? Achso, hier geht's nicht mehr, da. Ist das alles? Ach, ne, hier könnt's öffnen. Hab ich jetzt gar nicht so richtig gesehen. Min, 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 min. Wir wollen nochmal Luft. Hier ist auch noch drin. Das haben wir alles. Und Wasser. Das ist wahrscheinlich die Tür von draußen. Und das ist das, wo man auch reinklettern konnte. Schade. Damit haben wir hier schon mal alles raus. Mathe ist hier. Inventar. Ja. Haben wir noch. Und. Halt. Wir haben ja alles hier raus. Moment. Wir haben zwar alles raus. Aber wir hätten doch hier auch. Eingang zur Kauverne. Das wäre natürlich klar. Packen wir hier. Die Boje raus. Map. Kavern. So, da haben wir das. Die wollten wir ja auch noch hin. Blop. Ne. Das ist Kamera 1. Der ist Kamera 3. Und was bist du? Und was bist du? Nix. Was bist du? Seltsam. Aber nix. Ist das alles Salz? Ne. Das ist doch eindeutig Quarz. Viel mehr Quarz. Baa. Ich muss doch sowas immer alles mitnehmen. Vor dem Tags. Weil mich das normalerweise jetzt gar nichts interessieren sollte. Haben wir die Rote Nesse schon angebaut? Weiß ich nicht. Du hast Strom. Du hättest hier anzeigen sollen. Dass hier irgendwo was ist. Wo hatten wir denn das Riesenfack? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. War das nicht irgendwo? Wieso zeig ich denn hier unten keine Fragmente ein? 100. Was? Basiswarnung? Hier ist dunkel. Was war das? Was bist du? Ach, Riesenquarz. Jawohl. Spatenfischer. Basisenergieversorgung. Aha. Energie sollte da sein. Dort recht. Hau ab. So, hier unten wollte ich eigentlich noch nicht rumspringen. Wieso scannt er hier nichts mehr? Wir hatten doch hier schon Fragmente gefunden. Sowas wie das hier. Ui, ui, ui. Da ist recht. So tief würde ich gar nicht... Wo war denn das, was wir gefunden hatten? Oder so weit weg? Krasse Sirene. Ne, das war auch hier. Da hast du recht. Da ist es doch. Da sind nur die ganzen Fragmente. Und hier aber auch. Hier mal das Frack. Das sieht schon mal gut aus. Hier kannst du mal... ...linke Maustaste. Was trinken. Das ist jetzt auch nichts weiter. Das haben wir hier. Wärmekraftwerk. Das haben wir schon... Hier hätten wir noch ein Gelsack. Hier ist nichts drin weiter. Hier mal Uranit. Dann Uranit. Das nehmen wir mit. Was hast du hier noch? Ah, Herrmann-Kraftwerk. Ach. Bauplan verfügbar. Wart ihr nicht schon öfter? Wärmerkraftwerk. Das gab wieder Titan. Ja, ich komm da schon. Ich komm da schon. Ich komm da schon. So. Du sagst mir hier noch ein Fragment. Das wäre spitze. Saugst du mir nicht. Da unten sind aber noch mehr Fragmente. Eine offene Kiste, ne? Die hatte ich schon gelootet. Wärmekraftwerk, wärmerkraftwerk, wärmerkraftwerk. Das ist alles nur Titan. So. Was ist das? Kreaturen? Ah, das kenne ich noch nicht. Sicherliche Knuddelfisch. So, hier ist auch wieder leckeres Zeugs. Aber wir müssen das mal zum Malte. Luft holen. Hier dampft's überall. Das ist seltsam, seltsam. Tritt ich mal nochmal im Kreis? Irgendwo obendrauf noch was hier. Und das ist doch auch noch wärmerkraftwerk, oder? Wieso sehe ich denn hier nichts anderes mehr? Ein bisschen tiefer. So, raus hier. Was ist das? Wärmerkraftwerk. Was soll denn das, dass man das hier jetzt so im Scannerraum immer so in extremen Massen rumliegen hat? Macht doch verschiedene. Ist die Nummer noch nicht. Fein im Bürostuhl. Suppi. Liegt hier draußen noch irgendwas rum? Nein. Schwierig. Muss ich denn da unten rein oder was? So, mal gucken hier. Hä? Ich kann so. Oh, seltsam. Weggetaucht. So. Zwei in Hand. Wo ist das? Scannen hier. Hier geht's noch runter. Hier muss ich aufschneiden. Rand. Dann, 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 dann. Ich glaube, hier bräuchte ich dann eher mal wieder die Taschenlampe auf der 1. Schneidest du noch? Jetzt. Jetzt, bitte. Danke. Dann kann ich gleich wieder raus Luft holen. Dann können wir gleich die Taschenlampe auf die 1 legen. Können gleich noch mal was trinken. Kreaturen, ein Hammer. Raus hier. Zwei in die Hand. Eins in die Hand. Schwirn mal hoch. Eins in die Hand. Ah, hier geht's raus. Nichts weiter entdeckt. Zwei in die Hand. Nur dort. Krebsanzugbohrerarmfragment. Das ist schon mal geil. Eins von zwei. Versiegelte Tür. Noch eine versiegelte Tür. Jawohl. Wow. Da müssen wir vorher erst mal Luft holen. 30 Sekunden. Ich hoffe, dass der mich hier auch erst mal wohl lässt. Oh, und ich werde hier auch schon wieder angeblinkt. Ich bedanke mich für das Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön, wenn es euch gefallen hat. Sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder zu Satnautica. Von anderen Worts Entertainment, Kunstupdate und Kuddelfisch. Bis dahin. Auf Wiedersehen und Schlesikowski.